Mehrere Medien berichteten, dass der Richter eine Entscheidung getroffen habe. Folgendes ist im Umlauf, Richter Karl Nichols hat seine Entscheidung einem Gericht in DC vorgelegt. In einem versiegelten Dokument, nachdem er Harris Visum vier Monate lang überprüft hatte. Die Entscheidung könnte in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, was den weiteren Aufenthalt des Herzogs in den USA gefährden könnte. Am 15. August unterzeichnete Richter Karl Nichols einen versiegelten einseitigen Beschluss, ein Dokument. Das nur autorisiertem Personal zugänglich ist. Was bedeutet das wirklich? Sind die Leute zu aufgeregt? Ja, Andi, ich denke, sie sind ein bisschen über sich hinaus. Danke übrigens, dass du mich dabei hast. Die Worte, die sie gerade erwähnt haben, versiegelte Experteanordnung, sind hier der Schlüssel. Lassen Sie uns diese aufschlüsseln, beginnend mit der Bestellung selbst. Dies ist entweder der dritte oder der siebte Auftrag in diesem speziellen Verfahren, je nachdem, wie man sie zählt. Das sollte also signalisieren, dass dies kein monumentaler Moment ist, der viel Hype verdient. Wenn das eine bessere Entscheidung wäre, würden wir das anders sehen. Hätte der Richter beispielsweise beschlossen, die Einzelheiten nicht preiszugeben, würde er seine Gründe und Gründe darlegen, insbesondere weil die Hertage Foundation möglicherweise Berufung einlegen möchte. Sie benötigen eine Entscheidung mit einem Textkontext, auf den sie ihre Berufung stützen können. Im Wesentlichen handelt es sich bei einer Anordnung darum, dass der Richter jemandem eine Anweisung gibt, aber wir wissen nicht, wer dieser jemand in diesem Fall ist. Es könnte alles sein. Beispielsweise könnte die Anordnung etwas ansprechen, was dem Richter an dem, was einer der Anwälte oder eine Partei in dem Fall getan hat, nicht gefiel, und ihn anweisen, damit aufzuhören. Der Umfang der Anordnung kann weitreichend sein und alles umfassen, was in der Befugnis des Richters liegt, eine Anordnung zu erlassen. Es könnte möglicherweise zu einer Entscheidung führen. Der Richter beschäftigt sich nun seit etwa vier Monaten mit diesem Fall. Der letzte Akteneintrag erfolgte im April, Die mündlichen Verhandlungen fanden bereits im Februar statt. Eine Möglichkeit besteht darin, dass der Richter auf eine Seite gegangen ist, insbesondere auf die Seite des Heimatschutzministeriums, und etwas in der Art gesagt hat. Ich denke, der Inhalt dieser Akte sollte veröffentlicht werden, es sei denn, es ist etwas darin enthalten, das möglicherweise die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA beeinträchtigen könnte und das Vereinigte Königreich oder die nationale Sicherheit betrifft. Wenn es beispielsweise um ein Atom-Urbot geht, was offensichtlich nicht der Fall ist, könnte der Richter mit einer Partei Rücksprache halten, um sicherzustellen, dass keine sensiblen Informationen preisgegeben werden. Der Auftrag könnte sich also auf etwas in der Art beziehen. Wenn es also Bedenken hinsichtlich der Konsequenzen gäbe, könnte es sein, dass mit dem Fall etwas nicht stimmte und der Richter jemandem Zeit gibt, das Problem zu beheben, bevor er es veröffentlicht. Das ist möglich, aber ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Wir müssen bedenken, dass der Hype um diese Dinge manchmal dazu führen kann, dass die Leute denken, dass mehr dahinter steckt, als tatsächlich ist. Wenn es nur darum ginge, ich habe es durchgesehen, es gibt nichts Wesentliches, der Fall ist abgeschlossen, dann wäre die Versiegelung eine Anordnung unnötig, es sei denn, es handelte sich um etwas wirklich Seltsames oder Sensibles. Ja, aber ich kann kaum glauben, dass die Heimatschutzbehörde in eine Verschwörung verwickelt ist. Es gibt Spekulationen, dass der versiegelte Beschluss darauf hindeutet, dass etwas unter den Teppich gekehrt wird oder dass der Richter kompromittiert ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass das nicht der Fall ist. Hier gibt es kein zweistufiges Justizsystem. Ich hoffe schon, dass bald etwas passieren wird, wahrscheinlich eine Entscheidung, die entweder lautet, nein, ich werde diesem Antrag der Heritage Foundation nach dem Freedom of Information Act, Prinz Harrys Visumantrag einzusehen, nicht stattgeben.